Im März haben wir das Vergnügen gehabt, dass Herr Kronert bei einer Veranstaltung von Design Austria im Rahmen der MCBW München mit dabei gewesen ist. Und ausschlaggebend natürlich insgesamt war die fantastische Ausstellung der visuellen Revolution, die derzeit im Leopold Museum, im Museumsquartier in Wien zu sehen ist. Und dank unserem Lockdown kann ich nur sagen, es hat auch was Gutes, nämlich die Ausstellung ist bis 6. Juni verlängert und hat nicht schon ihre Pforte letzte Woche geschlossen. Und deswegen kann ich Ihnen nur empfehlen, ab Montag geht es ja wieder los. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und schauen Sie sich das an. Aber wahrscheinlich haben Sie es vorher eh schon in Volkwang gesehen, aber doppelt hält besser. Und das kann nicht schaden und das Leopold Museum und alle Leute auf der Straße freuen sich auch wieder, wenn der Kulturbetrieb blüht und floriert. Und ja, damit darf ich nur ganz kurz Sie noch sozusagen in den Ablauf, wie wir es gestalten wollen, mit reinbringen. Wir werden Sie im Sinne der Präsentation von Herrn Gronert stumm schalten und würden Sie bitten, wenn Sie Fragen, Kommentare haben zu den gezeigten Bildern oder Erzählungen, Anekdoten. Dann darf ich Sie bitten, dass Sie das in den Chat reinschreiben und wir werden so je nach Menge, Fülle und wie sich es gerade ergibt, alle 15 Minuten nochmal so eine kleine Pause machen. Und wenn sozusagen genau die aktuellen Fragen dazu gleich mit beantworten oder mit besprechen. Und natürlich gibt es dann zu Ende noch einmal eine große Runde dazu und muss jetzt natürlich gleich noch einmal die zweite Werbetrommel rühren. Es gibt nicht nur eine fantastische Ausstellung, Visuelle Revolution im Leopold Museum, sondern für alle die, die zu weit weg sind oder das auch im Sitzen genießen wollen, gibt es ein fantastisches Buch von Bert Stephan im Handel und überall im gut sortierten Fachhandel natürlich und Buchhandel. Und das kann Ihnen nur natürlich wärmstens ans Herz legen für das eigene Geburtstagsgeschenk, Muttertag, Vatertag. Es gibt ja genug Anlässe oder Lockdown-Ende und gönnen Sie sich das und haben Sie einen großen Spaß daran. Und nachdem wir jetzt schon an die 60 Teilnehmerinnen sind, würde ich sagen, sechs Minuten ist ein gutes Äquivalent für die Viertelstunde in Wien. Und ich darf noch einmal recht herzlich begrüßen im Namen des Leopold Museums, im Namen von Design Austria, im Namen von Herrn Rigonert, der sich selbst vorstellen wird. Und natürlich Bert Stephan, dem Enkelsohn von Emil Birchern. Und alle Geschichten dazu wird Ihnen Herr Gronert erzählen. Herr Gronert, ich darf Sie bitten, der Bildschirm ist Ihrer sozusagen. Oha, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, dann freut es mich sehr, dass es auf diese Weise zustande gekommen ist. Eigentlich war ja die Idee, dass wir das sozusagen in Person in Wien halten, anlässlich der Ausstellungseröffnung. Aber die Dinge haben sich anders entwickelt. Insofern bin ich ganz froh, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben, das so zu machen. Und schauen wir mal, wo es uns hinführt. Die Wirkung sei hell und kräftig und die Plakate von Birchern stehen eigentlich genau unter diesem Motto. Und wir schauen uns mal an, wie das wirklich so funktioniert. Und ich glaube, als erstes schauen wir uns einfach mal an, wie das biografisch gedacht ist. Weil ich denke, so ein bisschen ihn vorzustellen, ist durchaus sinnvoll, weil er doch eine sehr interessante Biografie hat. Wir schauen uns dann an, wie er als Universalkünstler vorgegangen ist und warum wir das überhaupt behaupten können heutzutage. Und kommen dann zum Eigentlichen, nämlich zur Idee, was hat er eigentlich an Plakaten sehen können? Welchen Einfluss hat er aufgenommen? Und zwar trifft das genau die drei großen Zentren der damaligen Plakatentwicklung, nämlich Wien, München und Berlin. Alles drei Wirkungsstätten letztlich von ihm. Und wir schauen ganz zum Schluss mal, welche Art von Ideen er in diesem Prozess eingespeist hat. Und ja, fangen wir an mit der Biografie. Ich werde Ihnen das jetzt nicht alles vorlesen natürlich, sondern nur die wichtigsten Sachen. Von Haus aus studiert er also Architektur in der Meisterklasse von Otto Wagner. Er gründet in Wien, gründet dann in München ein Atelier für Architektur. Das läuft also aber nicht sehr erfolgreich. Er realisiert lediglich ein Wohnhaus und eine Grabanlage für eine Familie. Macht sich aber in anderen Gebieten zu schaffen, unter anderem in der Gebrauchskrafik. Und wird sehr schnell sehr bekannt und kann dann unter seinem Namen auch eine Schule gründen. Er wird dann an die Bayerischen Staatstheater berufen. Dort wird Leopold Jessner in Berlin auf ihn aufmerksam, wirkt ihn also ab. Er kann auch ein wunderbares Projekt in Berlin vervollständigen. Sozusagen die Verfilmung eines Romans, die er selber leitet und auch ausstattet. Und wird dann tatsächlich zum Ausstattungschef der Staatstheater in Berlin. Und gegen Ende der 20er Jahre endet dann eigentlich auch seine Plakatkarriere, weil er mit der Bühne genug zu tun hat. Und dann ist es auch so, dass er sich auf die Lehrtätigkeit und auch auf die Autorentätigkeit sozusagen konzentriert. Vielleicht noch eine ganz kleine Sache zum Schluss. 1936 kommt er nach Wien an die Akademie der Bildenden Künste. Und 1945 ist er einer der wenigen Professoren, die als unbelastet gelten und der seine Lehrtätigkeit also fortsetzen darf. 1957 stirbt er dann in Wien. Und wir haben hier nochmal sowohl seine Wirkungsstätten drin geboren. Dann nach München, dann nach Prag, dann nach Berlin, nach Prag, nach Salzburg und dann nach Wien. Und ich hoffe, er läuft. Er läuft. Wir haben ein paar Sekunden lebendigen Emil Pirchhahn. Und da sehen wir ihn, wie er also doch als sehr lebendiger und quirliger Mensch durch die Gegend rennt. Und ich glaube, die paar Minuten, die es überhaupt gibt von ihm, der Ausflug mit der Familie, Tochter und Sohn und Frau und eine noch nicht identifizierte Freundin der Familie vielleicht. Und auch die Frage, wer ist der Kameramann, ist nicht klar. Aber wir sehen hier die Familie durch Berlin und durch Potsdam laufen. Ein paar Sekunden gönne ich mir auch Stille. Ja, sehen schon sehr schick aus, die Damen, muss man schon sagen. Also offensichtlich jemand, der sehr lebenslustig und unterhaltsam ist mit dem Menschen ringsherum. Noch weitere Bilder, die ihn also hier in seiner weiteren Entwicklung zeigen sollen. Ja, der Universalkünstler. Das ist wirklich eine Tatsache, die über lange Zeit eigentlich gar nicht wirklich mehr bekannt war. Da ist viel vergessen worden und dazu später mehr. Aber er hat, wie gesagt, als Architekt angefangen, hat sich dann auch als Innenarchitekt betätigt, sowohl theoretisch als auch praktisch. Er war Bühnenbildner und das ist ein ganz eigenes Kapitel, weil die Wichtigkeit in der Theaterhistorik ist sicherlich mindestens, wenn nicht mehr, bedeutend als die als Plakatmann. Also das wäre nochmal eine Extrasache wert. Und das Theatermuseum in Wien ist da ja sehr spezialisiert. Auch auf ihnen hat sehr viel Objekte, Dokumente. Also das ist auch eine tolle Sache. Er war Drehbuchautor, Filmurstatter, Regisseur, Schauspieler. Sehen wir hier. Leider ist dieser Film nicht existent, zumindest bisher nicht aufgefunden worden. Aber im Theatermuseum in Wien gibt es doch einige Szenenfotos. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, worum es da ging. Er war als Autor tätig und zwar in einem sehr großen Spektrum von Kindermalbüchern bis zur ersten Monografie von Gustav Klimt. Also er war da auch sehr, ja ich weiß, wahrscheinlich hat er nur zwei Stunden Schlaf gebraucht. Jedenfalls er war unglaublich produktiv. Und er war als Illustrator tätig, sowohl für sich als auch für andere. Als Gestalter, würde man vielleicht sagen, Produktdesigner. Hier Entwurf für ein Collier, aber er hat auch Briefkästen designt, Lampen, Notenpulte, Blumenbänke. Also nicht nur das Interieur, sondern auch die Einzelstücke. Also er war da sehr, sehr vielseitig unterwegs. Und einen Ausschnitt aus seiner Arbeit als Gebrauchsgrafiker schauen wir uns ja heute an. Aber er hat natürlich sehr viel mehr gemacht. Er hat also Briefmarken gemacht, er hat Werbemarken gemacht, er hat Logos gemacht, Ex Libris. Also alles, was auf Papier zu gestalten war, ist eine Sache, die eher angegangen ist. Und nicht zu vergessen, das ist eine Sache, die dann im Nachgang nicht so im Gedächtnis bleibt. Aber er war auch Lehrender über viele, viele Jahre für Bühnenbild und Masken und Kostüme. Also auch das sollte man unbedingt erwähnen. Ja, warum können wir eigentlich vom Universalkünstler reden? Ich sage mal so, bis zu dem Dachbodenfund von Beat Stephan oder dem Auspacken der Kisten, wussten die Plakadleute, ja, ja, der hat ein bisschen was mit Bühne gemacht, aber genau wusste es keiner. Und die Bühnenleute wussten, der hat vielleicht was mit Plakaten gemacht, aber so genau wusste es keiner. Der Zusammenhang war nicht existent und auch die anderen Arbeitsbereiche waren wenig bekannt. Also so, dass man auch kaum Rückschlüsse ziehen konnte. Warum sieht auf einmal etwas so aus und nicht anders? Mittlerweile lässt sich das besser erklären. Und das sind die glücklichen Umstände, die es manchmal gibt. Die Tochter von Emil Pirchan hat also seine Sachen in Kisten verpackt und hat sie auch über Umzüge mitgeschleppt. Hat sie vor Benutzung geschützt, vor allem vor den Kindern, die sicherlich viel Spaß gehabt hätten, das alles auszupacken. Aber erst sehr viel, erst nach dem Tod der Mutter hat der Enkel Beat Stephan dann diese Kisten wirklich ausgepackt. Und hat dieses, das ist ja der nächste Glücksfall, hat ein großes Gespür für die Wichtigkeit dieser Dokumente entwickelt. Und hat auch alle möglichen Dinge in Bewegung gesetzt, um sie zu sortieren, zu restaurieren, zusammenzustellen, dieses Buch zu machen, Leute zu finden, die damit sich auskennen und so weiter. Also das ist sicherlich eine Großtat, die seinem Großvater sicherlich auch sehr gefallen hätte. Dafür gebührt ihm ein ganz rückhaltloser Dank. Ja, kommen wir zu dem, was wir heute schauen wollen. Wir kommen zum Plakat und zunächst zu der Idee, was hat er eigentlich vorgefunden? Welche Ideen, welche Ideen konnte er sich bedienen? Und es ist tatsächlich so, dass die Zeit um 1900 bis 1914 die kreativste Zeit war, was die Plakatentwicklung betraf in Wien, in Berlin und in München vor allem. In Wien, Wiener Wertstätten, Wiener Sezession, der Hagenbund mit seinen völlig eigenständigen und neuen Interpretationen verschiedener Sachen. In Berlin die Erfindung des Sachplakats und einer neuen Visualität für die Werbung. Und in München die Fortführung der Tradition eines sehr dekorativen und sehr inspirativen Plakatstils. Ja, Österreich kann man eigentlich gleichsetzen mit Deutschland und der Schweiz. Das sind also ähnliche Entwicklungen. Wir haben, wenn man das Plakat als Massenmedium sieht, das für Massenprodukte wirkt, so haben wir in diesen deutschsprachigen Ländern eigentlich erst gegen wirklich am absoluten Ende des 19. Jahrhunderts die Notwendigkeit, Plakate zu machen. Das heißt, wir haben dort erst einen Industrialisierungsgrad, der Massenprodukte herstellt, wo es Konkurrenz gibt. Und wenn es Konkurrenz gibt und Leute sich das leisten können, auszuwählen, dann braucht man Werbung und Plakate waren der Idealfall damals als Medium. Das brauchte man im deutschsprachigen Raum nicht so stark, sondern es waren aber sehr repräsentative Blätter, die entstanden sind für große Ausstellungen. Hier in der Mitte ein Blatt von Ernst Klimt, dem jüngeren Bruder von Gustav Klimt. Er wirkt für eine Ausstellung Wien 1892. Eigentlich sollte sie zum 100. Todestag von Mozart stattfinden, 1891. Aber sie wurde immer größer, immer größer, sodass sie dann ein Jahr verschoben wurde. Und letztlich wurde sie so eine Art Weltausstellung für Musik und Theater. Und letztlich hat man sozusagen eine Leistungsschau präsentiert, was man in Wien in Sachen Theater und Musik leisten kann. 1,2 Millionen Besucher hat das Ganze gehabt. Also mit solchen Dimensionen, da lohnte sich dann auch so ein Plakat zu machen. Denn der Aufwand war riesig. Es wurde also auf dem Karton gedruckt. Der Karton war relativ stark, aber nicht sehr weiß. Man hatte noch keine optischen Aufheller. Es wurde eine Kreideleimschicht darauf gewalzt und darauf wurde gedruckt, sodass man auch metallische Reflektionen erzeugen konnte, wie hier dieser Goldhintergrund hinter den Musen. Und wir haben, wenn wir uns die Rottöne ansehen, hier vielleicht fünf oder sechs Rottöne. Und die Drucktechnik war die sogenannte Chromolithografie. Das heißt, wir konnten keine oder es konnten keine Mischfarben gedruckt werden, sondern wenn Sie hier fünf oder sechs oder sieben Rottöne haben, dann haben Sie fünf oder sechs oder sieben Druckdurchgänge mit diesen klaren, unterschiedlichen Rottönen machen müssen. Also der Aufwand war enorm und das lohnte sich natürlich nur für solche repräsentativen Veranstaltungen, meistens unter Schirmherrschaft irgendwelcher Hochheiten und mit richtig viel Publikum. Und natürlich, so teuer wie die Dinger waren, die haben nicht an der Säule gehangen oder im Regen oder in der Sonne. Die kamen in den Rahmen und wurden im Innenraum platziert, Passagen, Hallen, Theater, Durchgänge, sowas. Aber es waren keine Plakate der Außenwerbung, so wie wir es eigentlich gewöhnt sind, dass man da kleist da hinten drauf und zack an die Wand, das waren sie noch nicht. Das ändert sich dann relativ schnell in kurzer Zeit von diesen überbordenden historistischen additiven Kompositionen hin zu sehr klaren Flächenkompositionen, meistens ein Motiv, ein Zentralmotiv, klare Kontraste, große Flächen, leicht erfassbar. Und das ist sozusagen der Weg, der auch in die moderne Werbung führt. Hier sind also bildende Kunst und Werbung ja noch sehr dicht beieinander. Aber wir werden sehen, wie sich das nachher mal trennt. Ein weiterer Einfluss, da werden wir noch des Öfteren drauf kommen, das sind die japanischen Farbholzschnitte, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts aus Japan, vor allem in Paris gesammelt und gehandelt wurden und die sehr beliebt waren, auch bei den Künstlern. Die haben also diese Dinge gesammelt und sich inspirieren lassen in verschiedener Hinsicht. Wir haben also hier dieses Format des japanischen Rollbildes und wir haben hier die Typografie, die auf einmal zur Ornamentik wird, zur Dekoration, so wie wir das von den asiatischen Schriftzeichen eigentlich kennen, von den japanischen und den chinesischen auch. Also das ist eine sehr, sehr kreative Adoption dessen, was da an Vorgaben sozusagen völlig neu, als neue Welt in Betracht gezogen wurde. Ja, das ist auch nochmal eine Idee der Wiederholung, der strengen Geometrie und sozusagen des völligen Vergessens der Dreidimensionalität, wie wir sie hier noch bei Hodler haben. Das heißt noch, wir haben sie hier bei Hodler und bei den anderen geht es wirklich sehr, sehr stark in die Fläche und diese Idee aus dem Japanischen, die wird uns noch entgegenkommen. Aber es waren ja nicht nur die großen, hehren Ausstellungen, sondern wie gesagt, um 1900 ging es dann tatsächlich auch los mit der Werbung an den Säulen für die Produkte, die wurden entsprechend aufwendiger. Wunderbar, dieses Wim-Plakat finde ich, das auch in dieser Flächenidee sich aufhält. Und daneben das Plakat von Adolf Capellus, das ist so ein typisch französisch erzählendes, das gab es um die Zeit dort auch. Wir sehen ja also die ältere Frau, die da sehr sinnend auf dieses Öfchen schaut und denkt, ach, hätte ich nur warme Füße, wenn ich so einen Ofen hätte. Und der Mann, der sehr selbstbewusst da hineinschaut und sagt, ich kann den ganzen Laden kaufen, aber seine Frau daneben, die sagt, ha, hoffentlich merkt er, dass meine Mutter so ein Öfchen hätte. Also man kann da eine ganze Geschichte erzählen, das ist alles sehr nett und sehr inspirativ, aber es ist natürlich werbetechnisch nicht wirklich von Nutzen. Also wir wollen ja keine Mädchen erzählen, sondern Öfen verkaufen und dafür ist sicherlich etwas anderes dann vielleicht auch noch besser geeignet. Ja, dann gibt es vielleicht ein ganz kurzer Exkurs an der Stelle. Tatsächlich die erste Ausstellung der Vereinigung Bildender Künstlerinnen in Österreich. Dazu muss man wissen, dass ja Frauen der Zugang zu einer künstlerischen Ausbildung verwehrt war. Die könnten also, wenn sie das wollten, mussten sie sich an privaten Schulen ausbilden lassen, handwerklich und künstlerisch. Und es gab demzufolge nicht sehr viele Frauen, die das gemacht haben, aber es gab sie durchaus. Aber sie haben insgesamt zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und zu selten hat man sozusagen ihre Leistung auch ins Benehmen gesetzt mit den männlichen Kollegen. Und ich glaube, dass das jetzt im Moment eine ganz gute Zeit ist, wenn wir, das ist mein erster Werbeblock jetzt. Wenn Sie mal schauen wollen auf www.austrianposters.at, da werden Sie also sehr viele dieser vergessenen oder zu Unrecht vergessenen Frauen und ihre Leistungen in einzelnen Artikeln bewundern können. Und Sie können das Ganze auch in diesem wunderschönen Buch, ich halte es mal hier hin, kann man es sehen, finden Sie auch auf der Webseite. So, da geht es auch, vor allem auch, nicht vor allem, aber sehr oft um Frauen in der Gebrauchsgrafik, die das dann auch tun. Und ich zitiere mal kurz aus dem ersten Katalog dieser Ausstellung. Eine ähnliche Ausstellung ist bisher im Kontinent sowohl nach der Art, als wie der Vollständigkeit, auch was die Vollständigkeit anlangt, nicht veranstaltet worden. Der Grundgedanke dieser Ausstellung ist dem Publikum einen Überblick darüber zu geben, was die Frau auf den Gebieten der bildenden Kunst geschaffen hat und schafft und den Künstlern neue Anregungen zu bringen. Also ganz klar, Sie wollen also genau das Gleiche wie alle anderen auch. Und das hat man Ihnen oftmals verwehrt. Nach 1919 gibt es dann die Möglichkeit, dass Sie dann auch an staatlichen Schulen sozusagen Unterricht nehmen. Aber eigentlich ist das, was Sie auf der rechten Seite sehen, die Frau als Werbeobjekt, eher die Tatsache. Ja, kommen wir nach Deutschland. Sieht eigentlich auf Anhieb in der Frühzeit nicht viel anders aus, als in Österreich-Ungarn. Der Historismus als Kunstform sozusagen bestimmt auch hier das Aussehen, wobei es einen speziellen Stil innerhalb dieser ganzen Variante gibt, auch überall, der sogenannte Urkunden- oder Diplom-Stil. Das heißt, man hat hier durchaus schon bekannte Motive, die man ja auch in den Urkunden dann sieht, zusammengetragen und hat sie dann entsprechend auf Plakatgröße gebracht und entsprechend aufwendig gedruckt. Das rechte Blatt also auch vergleichbar mit dem von vorhin von der Musik- und Theaterausstellung. In München gibt es noch eine Extrasituation. Da haben also früher als anderswo Künstler für ihre Ausstellungen geworben mit Plakaten. Das spült sich dann im Symbolismus im Jugendstil ab. Ausnahme Franz von Stuck, der sich ganz klar orientiert an der griechisch-römischen Antike und dadurch sehr modern wirkt, was nicht sein Plan war, sondern das war einfach das Ergebnis seiner ganz strikten Ausrichtung. Und auf dieser dekorativen Schiene geht es dann auch weiter in München. Und der Höhepunkt ist eigentlich mit Ludwig Hohlwein erreicht, der es versteht, übrigens auch Architekt in Architekt, der es versteht, auf ganz besondere Weise mit der Fläche umzugehen. Auf der einen Seite sehr erzählerisch, auch bleibt, und aber auch sehr modern im Sinne des Erfassens und des Begreifens dessen, worum es da geht, also dieser Stillerschuh auf der linken Seite. Wir sehen also den Schuh natürlich, aber wir sehen auch das bestrumpfte Bein der Dame und wir sehen, irgendein Kavalier hat ihr sozusagen Blumen zu Füßen gelegt. Auf der Karte steht bestimmt auch was Schickes. Also hier wird auch wieder eine Geschichte erzählt, obwohl eigentlich auf den ersten Blick auch klar ist, es geht um den Schuh. Und der Starnberger See, einer der ersten wirklich modernen Touristikplakate, der wiederum nimmt Elemente auf, die er vorher nicht benutzt hat, kommt so ein bisschen aus der englischen romantischen Malerei vielleicht von Turner. Dieses Aufstaffeln sozusagen, wir sehen den See als Bühne, wir sehen das Schiff im Vordergrund, wir sehen hinten die Küstenlinie und die Wolken und die Berge. Also das ist sehr, sehr gestaffelt und auch sehr, sehr leicht aufnehmbar und verständlich. Und Hohlwein ist sozusagen der ungekrönte König dieser wirklich sehr, sehr auch edlen Darstellung von Mensch und Tier und Landschaft. Aber natürlich ist München voll von vielen anderen, die auch sehr kreativ mit ihren Dingen umgehen. Ich möchte nur hier Walter Schnackenberg hervorheben. Er ist jemand, der ganz klar Toulouse-Lautrec hier zitiert und auch sehr lange in dieser jugendstilistischen Art arbeitet. Er ist sozusagen der Vermittler zwischen Spätjugendstil und frühem Articot. Und solche Vermittler gibt es dann auch für andere Bereiche. Aber das ist sicherlich etwas, was auch über viele Zeit auch, wenn man sich vorstellt, er hat auch im Ersten Weltkriegs diese Art Plakate gemacht. Er hat also wirklich diese Art von Noblesse auch in den Farben weitergetragen. Ja, Berlin, da sind wir wieder bei unseren historistischen Plakaten. Und Berlin ist nochmal eine besondere Situation. 1888 wird Kaiser Wilhelm II. gekrönt. Er hält sich ja für den größten Kunstkenner aller Zeiten. Wir kennen so eine Typen. Und die akademische Malerei ist sozusagen die, an der auch alle anderen Dinge gemessen werden. Und so sehen die Plakate dann auch aus. Letztlich sind es Gemälde, die ein bisschen Platz lassen für Text. Es gibt aber auch einige andere sehr interessante Entwicklungen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gab eigentlich noch keinen Grund für Produktplakate oder auch Imageplakate. Aber hin und wieder gab es dann doch Ideen. Es wurde dann versucht, mit sogenannten Blanko- oder Eindruckplakaten weiterzukommen. Das ist sehr aufwendig gedruckt, auch wenn es so monochrom aussieht. Wie gesagt, jeder Ton eine Folie, eine Platte, eine Metallplatte. Und das Ganze hat dann eine Abschlusslackierung bekommen. Und der arme Vertreter musste dann durch die Gegend rennen und den einzelnen Firmen anbieten. Wollt ihr das nicht für euch benutzen? Großer Nachteil und werbetechnisch eine Katastrophe natürlich. Wenn die Konkurrenz das gleiche Plakat toll fand, dann war das gleiche Motiv für zwei verschiedene Dinge unterwegs. Will man ja eigentlich auch nicht. In diesem Fall aber hat es tatsächlich geklappt. Und die AEG hat sich diese Lampe oben auf den Lack draufdrucken lassen, die Blitze und unten auch allgemeine Elektrizitätsgesellschaft. Und das Ganze hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt und wurde tatsächlich 1894 dann auch zum Markenzeichen der AEG, bis Peter Behrens dann das Ganze wirklich modernisiert hat. Aber das erst zig Jahre später. Ja, ein trauriges Kapitel der Wiederholung solcher Motive darf ich Ihnen auch zeigen. Das ist also schon sehr eigenartig. Das ist alles gequetscht und gedrückt und schön braun. Das soll ja retro aussehen. Und weil es nicht retro genug war, gibt es noch ein paar Jugendstilblättchen da unten dran. Also solche Art von Wiederholung oder von Fernutzung von Motiven gibt es leider immer wieder, blende ich schnell wieder aus. Ja, aber auch hier, ähnlich wie in München, dieser dekorative Umschlag in diese moderne Werbung, die gibt es dann auch in Berlin. Schon 1896 wird bei der Druckerei Hollerbaum und Schmidt jemand eingestellt, der soll die Werbeabteilung auf Vorderband bringen. Und der schart eine ganze Reihe von Künstlern um sich und schaut, wie geht das. Und man konnte um diese Zeit zum Beispiel noch nicht so drucken wie in Frankreich. Also lithografische Wiedergaben in dieser Größe, so sagen wir mal 70, 100 ungefähr, waren nicht möglich. Wenn man solche Plakate haben wollte, müsste man die im Ausland machen lassen, in Italien, in Belgien oder Frankreich, England, USA. Da ging das, hier ging es nicht. Man hat also erst sozusagen auf dieses Know-how hin arbeiten müssen. Das ist gelungen. Und dann hat man sich überlegt, was so ein Plakat eigentlich braucht und was nicht. Und wir sehen also als Ergebnis dieses sogenannte Berliner Sachplakat, letztlich eine Wortbildmarke. Stiller Schuh, Manoli Schachtel, Priester Hölzer, könnte man jetzt zu jedem Plakat was erzählen. Aber wichtig dabei ist, dass hier empirisch vorweggenommen wurde, was nachher werbepsychologisch festgestellt wurde oder definiert wurde oder auch bewiesen wurde, dass Wortbildmarken in der Tat, Entschuldigung, dass Wortbildmarken in der Tat am besten zu merken sind. Also in dieser Kombination, das mag unser Gehirn, das kann man wunderbar benutzen. Der Nachteil dieser sehr, sehr kompakten Situation ist, dass man kaum mit Emotionen arbeiten kann, was ja auch sehr wichtig ist. Aber es ist tatsächlich so, dass wir hier das erste Mal eine eigene Bildwelt haben für die Werbung, für die Aufgabe der Werbung, für die Wirkung der Werbung, die unabhängig ist von der Entwicklung der bildenden Kunst. Das ist also das, was sozusagen diesen Moment um 1908 bis 1910 in Berlin ausmacht. Das ist eine sehr innovative Leistung und Karl Lagerfeld sagte mal dazu, das ist die Popart weit vor der Popart, hat auch was. Aber auch in Berlin gab es natürlich eine ganze Reihe anderer wunderbarer Gestalter. Zu erwähnen natürlich jetzt in dem Moment Julius Klinger aus Wien, der in Berlin dafür sorgte, dass das Berliner Plakat auch einen sehr humorvollen Charakter bekam. Und er war einer der wenigen, die sich auch theoretisch beschäftigt haben mit dem Plakat, mit der Werbung, mit der Reklame. Ernst Deutsch aus Wien hat auch in Berlin große Erfolge gefeiert, ging dann zurück nach Wien und hat als Treiben weitergearbeitet, später auch in Amerika als Filmausstatter, Kostümausstatter für Filme, unter anderem von Marlene Dietrich. Und Billy Walder hat ihn mal den vornehmsten Mann genannt, den er je kannte. Aber auch Hans-Rudy Erd und viele andere spielten eine große Rolle in der Entwicklung dieses Berliner Plakats und Julius Gibgens hier mit der Katze. Plakate von Gibgens liefern Hollerbaum und Schmidt, also wenn man die haben wollte, dann war nur diese Druckerei zuständig. Und Gibgens war im Übrigen auch der Erfinder des sogenannten Sarottimors für die Schokolade, also sozusagen des Vorläufers des Meindelmoors von Binder. Ja, das ist also eine, sozusagen die Welt der Plakate, die eine unglaubliche Entwicklung nimmt in diesen Jahren. Wenn wir mal zehn Jahre zurückgucken, so doll hat es sich nicht verändert. Aber hier hat sich innerhalb, sagen wir mal zwischen 1900 und 1914, sind hier Welten weggebrochen und neu aufgebrochen und wirklich neue Welten. Und genau das hat Pürchern auch erlebt. Er macht dieses Plakat 1904, da ist er noch Student bei Otto Wagner und darunter steht ja auch mein erstes Plakat. So, damit ist aber auch Schluss, was die Plakate betrifft, weil bis 1911 ist Ruhe. Wir hören nichts von Pürchern, was seine Plakate anbelangt. 1911 kommen eine ganze Reihe von Plakaten auf einmal hervor und es ist das erste Mal, dass er auch in der Zeitschrift das Plakat erwähnt wird. Und da steht dann auch als Titel Emil Pürchern als Grafiker. Da steht genau drin, wie universell er arbeitet, was er alles macht und wie er es macht und wie modern er ist und dass man sich ein Beispiel nehmen soll und so weiter. Und dann geht man auf die Plakate ein und findet also sehr bemerkenswert, dass er diese Strukturen entwickelt, diesen dunklen Untergrund mit der hellen Schrift drauf, dass er die Verbindung zwischen Text und Bildteil immer irgendwie versucht, hier mit dem Lesezeichen oder auch unten, ich weiß nicht, wie gut man das dann sehen kann, je nach Bildschirm, die Leute kommen wie aus dem Schatten so in die Sonne rein. Also das sind ganz interessante, sowohl sehr klare, sehr deutliche, als auch in der Erzählung an dem Münchner Plakat durchaus orientierte Ideen, die man hier findet. Aber es ist völlig unklar, warum 1911 das auf einmal so losgeht und dann passiert das. Wir sehen diese beiden Motive mit dem Linken als Variation. Eigentlich ist vom Plakat her nicht erklärbar, wieso diese Plakate auf einmal in dieser Perfektion, in dieser Farbgebung, in dieser Flächenstruktur existieren. Also eigentlich erwartet man ja eine gewisse Entwicklung hin zu irgendwas, aber aus den Plakaten heraus lässt sich das nicht erklären. Deswegen war es unglaublich wichtig, jetzt diesen Gesamtbestand, den ganzen Kirchern sozusagen, als Dokumentenmenge vor sich zu haben und zu sehen, was hat er um die Zeit eigentlich gemacht, woran hat er gearbeitet. Und er hat in der Tat schon an Bühnenentwürfen gearbeitet, er hat an Modellen gearbeitet, er hat also wirklich diese Farbigkeit und diese Flächenbehandlung, die kann man im Einzelnen auch in Verpackungen finden, man findet sie in kleineren Anzeigen und so weiter. Also wenn man die anderen Dinge alle sehen kann, dann schiebt sich durchaus ein Bild zusammen. Bisher war es eben sozusagen die Explosion und dann waren die Sachen da, aber so ist es ja selten. Und jetzt kann man das sehr viel besser erklären. Wir gucken uns die beiden Plakate mal ein bisschen genauer an, weil sie glaube ich auch den Kern dessen ausmachen, was Kirchern in der Plakatgeschichte auch bedeutet. Ganz großer Schritt zurück, wir waren schon ein paar Mal bei den Japanern, bei den Farbbröttschnitten. Wir sehen hier einen nicht allzu alten Farbbröttschnitt, aber wichtig ist im Hintergrund zu sehen, die vier Herren, die also hier in ihrem Stoff sich eingepackt haben, aber der Stoff, der wald nicht um ihren Körper herum, sondern es sind eigentlich wie Pappflächen, die so aneinander stehen und auch die Dekoration ist wie aufgeklebt oder wie dahinter durch eine Fläche durchgeschaut. Das ist etwas, was man sehr, sehr spannend fand, weil das gab es in der europäischen Kunst, in dieser, sagen wir mal, Konstruktion und in dieser Durchhaltesituation nicht. Hat sich dann sehr schnell hineinbegeben ins Plakat, zu Luz Lutrec immer erwähnt, Pierre Bonnard natürlich, aber von diesem Japanismus übersetzt nach Deutschland auch, bleiben wir wieder bei Hohlwein, hier ein Plakat, wo er für PKZ hier wunderbar, den Herrn im Vordergrund und den Kutscher oben, da gibt es keine Dreidimensionalität, man kann sich also wirklich vorstellen, es ist ein Loch, es ist ausgeschnitten und man legt was dahinter und schaut, wie es aussieht. Die Dreidimensionalität kommt tatsächlich nur im Kopf, im Hut und in der Kutsche, ebenso wie bei den japanischen Holzschnitten, wo nur einzelne Elemente andeuten, dass es hier um Raum geht. Und das ist etwas, was Pürchern auch beherrscht und übernimmt, das sehen wir also sehr schön, in dem Detail, die beiden Damen, diesen Reifrücken und in diesem Überwurf in den Boten, da ist dieses Muster tatsächlich auch nur, sozusagen, ohne jegliche Dreidimensionalität eingesetzt und das finden wir relativ häufig auch bei seinen Plakaten. Ja, auch wenn man sich diesen wunderbaren Blumenstrauß ansieht, auch da ist sofort wieder Hohlwein dabei, wie die Blumen so überhängen und natürlich wieder die Karte dabei. Und bei Pürchern ist es so, dass die Vase des Gefäßes hat ein wenig Raum, aber auch nur ein bisschen, aber dafür sind die Rosen rum, sehr viel flacher und tragen wunderbar kontrastreich in diesen dunklen Untergrund. Also überhaupt sind die klaren Farben bei Pürchern eine ganz entscheidende, eine ganz entscheidende Wirkungssituation. Und dann haben wir etwas, was uns natürlich sehr erfreut, als diejenigen, die dann da drauf gucken und schauen, was ist das eigentlich. Wir haben nämlich einige Skizzenbücher, die in diesem Nachlass sich gefunden haben und in diesen Skizzenbüchern finden sich verschiedene Dinge natürlich wieder. Zum einen kann man wiedererkennen, welche Ideen er dann umgesetzt hat. Man kann auch sehen, welche Ideen er aufgenommen hat von anderen, die er vielleicht mal benutzen wollte oder so. Jedenfalls ist das ein wunderbares Panoptikum sozusagen, was man da durchschauen kann. Und dieses Plakat sieht man hier auch, gibt es Vorstudien und Ideen. Und dieses Plakat hat noch eine andere Geschichte, und zwar, wir sehen hier in Pürchern Bühnenentwürfe. Pürchern war zu der Zeit, hatte mit Bühne nichts zu tun, sondern er hat einfach, war Theatergänger, ganz offensichtlich, und hat sich zu den Stücken, die er gesehen hat, überlegt, wie könnte denn das Bühnenbild aussehen? Was würde er machen? Was würde ihm gefallen? Und dann haben Freunde ihn überredet, zu sagen, na dann stell das doch mal aus, das sieht doch toll aus. Und er hat es dann auch gemacht. Und so ist diese Ausstellung zustande gekommen. Also eigentlich nimmt er hier vorweg, was er später als Job macht. Und nämlich Bühnenbildner zu sein. Diese Ausstellung, die wandert dann ins Theatermuseum in München, und dort wird sie dann sozusagen nochmal Inspiration sein, Pürchern anzusprechen, fürs Theater zu arbeiten. Im Verein der Plakatfreunde ist er auch. Das ist so mein, nein, nicht Hobby, aber doch meine Beobachtung immer. Dieser Verein ist auch eine hochinteressante Sache, aber es ist eine andere Geschichte. Ja, diese Reduktion in der Fläche, die hat natürlich auch eine Tradition, die hat jetzt Pürchern nicht allein erfunden in dem Sinne, aber wir sehen sie hier bei Beckerstaff oder auch bei Thomas Theodor Heine. Allerdings muss man sagen, dass diese Ideen, die die beiden hier entworfen haben, die haben keine Nachfolger, weil der Jugendstil kommt auf und alles wird überformt. Und diese Reduktion, diese Möglichkeit, sich zu konzentrieren auf etwas, das sehr schnell aufzunehmen, die geht im Wesentlichen verloren. Kommt erst 1908 wieder mit dem Berliner Sachplakat. Wir sehen aber, dass Pürchern das noch weiter fortführt. Also es gibt nur noch schernschnittartige Flächen, die aneinander sitzen. Es gibt keine Binnenzeichnung mehr. Es gibt nur die Kontraste und die Formen. Und in dieser Radikalität, nenne ich es mal, kennen wir eigentlich keinen anderen, der das auf diese Weise macht. Ja, wieder ein wunderbares Ideenskizzenbüchlein, eine Seite. Und wir sehen oben rechts eine sehr schöne Idee von ihm. Nämlich, wir sehen hier, was daraus wird. Und natürlich kann man sich vorstellen, er hat im Englischen Garten gesessen und hat auf diesen Monopteros geguckt und hat sich gedacht, der bergt da unten, da kann man noch was reinschreiben. Und so entsteht die Skizze und so entsteht das Plakat. Also das sind Dinge, die man auf einmal möglich machen kann, wenn man diese Art von Materialien hat. Und natürlich gibt es auch noch andere Plakate, von denen wir also keine Skizzen gefunden haben. Ja, das geht so weiter. Es gibt so ein bisschen so eine Grundstruktur, die er hier wiederholt. Eine Rahmung und unten dieses dunkle Feld mit der hellen Schrift darin. Und hin und wieder gibt es auch Typoplakate, die also sich überwiegend mit Schrift beschäftigen. Dazu kommen wir ein bisschen später auch noch mal. Ja, noch ein schönes Fundstück in seiner Ideenskizzen wie vielleicht das Fabrik. Und zwar dieses wunderbare, auch hier ein Eindruckplakat, aber klarerweise, der Absender ist klar, sondern nur der Eindruck ist immer der beste. Und natürlich schließen wir uns hier alle heute an, Plakatanschlag, Reklame ist die beste. Und dieser Trommler und die Damen, die hier alles hinaus posauen, die haben ihm offensichtlich gut gefallen und nicht nur ihm. Denn er hat dieses Motiv des Trommlers noch mal oder des Öfteren noch mal benutzt hier Geschäftsausstattung für einen Reklameanwalt und auch bei mir zu Hause hängen diese Damen und pusten also links und rechts den Gestalten von Hans-Rudi Erd gezeichnet direkt ins Ohr. Also das war aber schon da, bevor es mit Pürchern losging. Der hat mir schon vorher gefallen. Ja, eine andere Sache ist noch, die ihn sehr beschäftigt hat, bevor er wirklich mit dem Theater angefangen hat, das war der Tanz. Und eine große Sensation, die sich auch fortführte, die auch als Beispiel immer wieder herangeführt wurde, ist natürlich die Idee, wie im Tanz der Stoff fließt. Wie er rumgeworfen wird, wie er nachläuft, wie er vielleicht auch Licht fängt. Und Louis Fuller, eine Amerikanerin, die dann Paris reüssiert hat, die hat also einen völlig unerwarteten Auftritt und macht mit ihrem Serpentin-Tanz sozusagen eine völlig neue Art von Tanz auf. Sie inszeniert also nicht nur sich in der Bewegung, sondern auch den Stoff, den sie sehr dünn wählt, der durchleuchtet wird. Es gibt eine Lichtregie. Also dieses Plakat gibt schon sehr schön wieder, was man dort erwartet, wofür sie auch berühmt war. Allerdings lügt das Plakat ein wenig, denn Louis Fuller war eine kleine, sehr kompakte, starke Frau. Sie war nicht so schlank und nicht so elegant, sondern sie brauchte diese Kräfte, weil sie an den Unterarmen lange Stangen hatte, befestigt wurden, um diese riesenhaften Bewegungen zu machen mit diesen großen Stoffteilen. Sie hat sich damit völlig ruiniert, musste im Eisbaden, um die Schmerzen auszuhalten, aber ästhetisch, und hier mal ein Ausschnitt aus dem Film, da geht es um sie, das ist vielleicht das, was uns am nächsten verwundert. Es gibt auch alte Filme, aber man weiß nicht genau, ob es tatsächlich Louis Fuller ist, weil es heißt, sie ließ sich nicht filmen, um Nachahmer abzuhalten. Sie hat sich auch patentieren lassen, sie hat ein neues Patent auf diesem Tanz. Also das war auch schon eine wichtige Sache, aber wenn wir das aus unserer Ästhetik heute sehen, dann ist das vielleicht aus dem Film die Tänzerin die richtige Idee und auch die Vorstellung, die man sich machen kann, denn als sie auf die Bühne kam das erste Mal, da hat man erwartet, dass sie da im Tütü kommt und irgendwas vorführt, aber nein, dann passiert das hier und wir sehen gleich diese wunderbaren Farbspiele, die auch das Plakat hier zeigt aus der Zeit, das war schon was sehr Besonderes und das war auch sehr nachhaltig. Ja, und das hat ihn natürlich auch fasziniert und er hat auch schon mit einer Tänzerin zusammengearbeitet, bevor er seine Theaterkarriere eröffnet hat, also er hat hiermit diese Bewegung gemacht, er hat für Leistikow etwas getan, aber auch, das ist das entscheidendere für Rubi Bötterli. Das war eine englische Tänzerin, die in Österreich und Deutschland unterwegs war und er hat Tanzkleider für sie entworfen und wir sehen sie hier sozusagen damit posieren und sehen ein Plakat für sie, wo auch diese Stoffbewegung eine große Rolle spielt und hier dieses kleine Schwarz-Weiß-Foto, das ist auch ein Plakat, wahrscheinlich nur ein Entwurf, das stammt für Rubi Bötterli, das stammt aus einem Negativ, da ist es so ganz klein im Hintergrund zu sehen, aus dem aus dem Studio von Pirchern und wir haben ja vorher diesen Entwurf gesehen in Pink und Blau und das ist sicherlich der Entwurf für dieses Plakat, also so schieben sich die Dinge dann manchmal auch zusammen, je mehr Material man hat, desto mehr kann man auch zusammenschieben an der Stelle. Ja, wie sehr er dem Tanz verhaftet blieb, ist eigentlich immer wieder zu sehen, es gibt Dutzende von kleinen, wirklich, naja, vielleicht so 10 mal 12 Zentimeter großen Schnipseln aus Pergamentpapier, die er offensichtlich immer bei sich hatte und wo er sehr schnell skizzierte, wenn er vielleicht irgendjemandem was klar machen wollte oder wenn er sich selber über was klar werden wollte und diese schnell hingeworfenen Skizzen, die sind wirklich unglaublich, also das ist vielleicht nochmal eine extra Situation wert, also ich finde die sehr, sehr ausdrucksstark und dafür, dass es nur so für ihn wahrscheinlich unbedeutende Skizzen sind, die im Arbeitsprozess benötigt wurden, ist es doch unglaublich ausdrucksvoll für mich. Ja, die Plakatwelt beauftragt ihn oder die Auftraggeber, man will diese Plakate haben, die werden auch immer wieder besprochen und er hat eigentlich eine wunderbare Karriere an der Stelle vor sich und wie gesagt, kann 1913 dann auch eine Schule eröffnen, aber dazu kommen wir auch noch gleich. Hin und wieder gibt es auch Typoplakate, nicht ausschließlich, es gibt immer auch Bildelemente, aber er entwirft auch eine eigene Schrift, vor allem als Auszeichnungs- und Überschriften, Schrift in seinen Plakaten, die er dann auch sehr häufig in den Büchern benutzt und so weiter, also das ist eigentlich auch nicht sehr ungewöhnlich, auch andere wie Bernhard oder Klinger machen eigene Schriften und die mussten ja auch gegossen werden in der Schriftgießerei und so weiter, das war ja keine Digitalisierung an der Stelle, aber es war eine Schrift, die er für sich und für seine Komposition für wichtig erachtete. Ja, dann gibt es diese atmende Kleidung, die Bildstoffe und dieses Atmen, wenn ich das jetzt so sehe, dann denke ich, hoffentlich hat die Frau keine Atemnot, das ist das, wo ich jetzt gerade dran denke, in Zeiten unserer Pandemie hier, aber das war so nicht gemeint, sondern die Frage, die wir uns gestellt haben, war, was sind eigentlich Bildstoffe, aber das ließ sich dann irgendwann aufklären, es gibt einen Friedrich-Eduard-Bilz, der hat also tatsächlich so eine Art Ratgeber geschrieben für den Haushalt, für alle möglichen Wehwehchen und Rezeptchen, vielleicht so die Apotheken-Umschau oder so von damals in kompakter Form und immerhin dreieinhalb Millionen Auflage insgesamt über die Erscheinungszeit, das ist nicht wenig und der war ziemlich clever, der gute Mann hat also auch diese Bildstoffe beworben offensichtlich und er hat auch zusammen mit einem Franz Hartmann aus Detmold die sogenannte Bildsbrause auf den Markt gebracht und 1905 hat man einen neuen Namen gesucht und dieser Name wurde dann Sina Alkohol ohne Alkohol Sinalco und Sinalco kennen wir heute noch, ist sozusagen das erste Softgetränk oder der erste Softdrink in Europa und er hat also seine Spuren hinterlassen, ohne dass man das vielleicht heute noch so im Einzelnen weiß und lustigerweise vorgestern gucke ich dann in ein Online-Portal und was sehe ich da? Der neue Standard ist Kleidung, die atmet. Nun ja, so neu wird es ja wohl nicht sein, aber gehen wir weiter zu Pürchern. Ja, Pürchern macht diese Plakatschule auf, wie auch übrigens andere, das hat den Grund, dass es bis in die 20er Jahre hinein keinerlei staatliche Ausbildung gab im Sinne der Professionalisierung der Gebrauchsgrafiker. Die kamen alle woanders her, die Erfolg auf diesem Gebiet hatten und es gab auch keine Bühnenbildner-Ausbildung in dem Sinne, sondern das wurde alles über die Leute geregelt, die schon Erfolg hatten. Und so haben nicht nur Bernhard und Pürchern, sondern auch viele andere solche Reklameschulen gegründet und wir haben vorhin auch zum Anfang ein Bild gesehen, wo er da mit seinen Elefen steht, aber es ist so, dass das leider nur bis 1915 kriegsbedingt geöffnet war, sodass nicht ganz klar ist, welche Erfolge die Schüler sozusagen daraus ziehen konnten, aber man konnte richtig dort Kurse belegen, die kosteten auch Geld, man kriegte auch eine Bescheinigung, dass man das gemacht hat und mit denen konnte man sich dann natürlich auch bewerben, denn der Bedarf an Reklame zeichnenden, machenden, schreibenden war natürlich riesengroß, weil 1900 bis 1914 ging die, sozusagen die Produktionsleistung durch die Decke, 1914 hatte man die gleiche, das gleiche brutte Sozialprodukt im Querschnitt, wie das zum Beispiel in Amerika oder England war, also da wurde rasant aufgeholt auf Kosten der Leute, deswegen brauchte man viel Werbung und deswegen brauchte man auch Leute, die das taten und die wurden in diesen privaten Schulen ausgebildet, bis der Erste Weltkrieg sozusagen ausbrach. Ja, nochmal wieder sein Skizzenbuch, das fasziniert mich immer wieder und wir halten heute das Handy drauf und finden das also ganz nett und er zeichnet so ein Plakat, was er von einem Kollegen, in dem Fall auch von Luzern Bernhardt sieht und wir haben ja schon hin und wieder von Hohlwein gesprochen und es gibt, soweit ich weiß, keinerlei Hinweis darauf, dass Pirchan und Hohlwein in irgendeiner persönlichen oder auch nur künstlerischen Beziehung standen, aber es gibt eine Geschäftskarte, die wir hier sehen, Vorderseite Hohlwein, Rückseite dieses Kaufhaus von Pirchan, auch mit seiner Schrift und man darf davon ausgehen, dass beide das genehmigt haben, dass das so sein soll, das ist dann schon ein Beleg, dass man also sich gegenseitig wert schätzte offenbar. Ja, ein anderer in Berlin, ein sehr interessanter Typ ist Wilhelm Defke, viel mit Logos unterwegs, war auch ein ganz früher Gründer einer Agentur mit einem Partner zusammen und der bringt hier so ein kleines Heftchen raus für Hapag Lloyd und das kriegt Emil Pirchan offenbar in die Hand und zeichnet hier Vorder- und Rückseite. Ja, 1918 tut er sich zusammen mit einer großen Druckerei in Hannover noch zu Kriegszeiten und er wird auch eine kleine Ausstellung bekommen bei König und Epha, das wird einen kleinen Katalog geben und dann in der Zeitschrift das Plakat wird dann ein Leserbrief veröffentlicht, der also davon schwärmt, diesen Katalog in der Hand zu haben und der sich freut, dass der Krieg endlich zu Ende ist und er endlich wieder Plakatausstellungen besuchen kann. Also diese Sehnsucht nach Kultur, die gibt es nicht nur heute, die gibt es also offensichtlich in schweren Zeiten immer mal wieder. Für mich aber war das eine ganz andere Inspiration. Ich denke, wir haben gerade die Großmutter gefunden und zwar von Marge Simpson. Also irgendwie anders kommt mir das gar nicht vor. Ja, also das nur so als kleiner Nebenblick, fand ich aber irgendwie musste sein. Ja, als letzte Idee gab es dann sozusagen in den Plakaten oder auch in anderen Bereichen komme ich noch gleich drauf. Den Expressionismus, den es ja schon vor 1914 gab in der Bildenden Kunst, der kommt dann ins Plakat, zum einen ins politische Plakat. Die politischen Plakate 1919 bis 1921 sind brutaler als die Kriegsplakate. Dann kommt natürlich der Tanz, der Ausdruckstanz und es kommt natürlich auch der Expressionistische Stummfilm und da passt die Idee oder der Film, die Verfilmung wunderbar hinein, die Pirchan hier vornimmt, Der Zeugende Tod. Er selbst hat das Buch geschrieben, er selbst ist Regisseur, Drehbuchautor, er stattet die Räume aus und er empfiehlt sich natürlich hier nochmal doppelt für die Theaterarbeit als 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 Bühnenbildner und es gibt diesen Film leider nicht mehr oder zumindest haben wir ihn bisher nicht gefunden trotz intensiver Suche und es gibt aber zum Glück im Theatermuseum in Wien eine ganze Reihe Szenenfotos und es ist sehr spannend zu sehen, da sind so Massenszenen dabei, wo die Leute so richtig fluten aus der, aus so einem, aus einem, ja wie soll man sagen, aus dem Gebäude heraus und aus so einer Terrasse heraus und andere überrennen, die schon hingefallen sind, also die sind irgendwie in Panik und diese Massenszenen erinnern doch sehr stark an Panzerkreuzer Bad Junkien, also das muss schon ein sehr aufwendiger Film gewesen sein und ich hoffe noch sehr, irgendwann taucht er mal wieder auf. Das ist aber eigentlich das letzte Mal, dass wir Pirchern als Plakatgestalter in Anführungsstrichen ernst nehmen müssen, weil ab 1920, 21 hat er tatsächlich mit der Bühnenbildnerei genug zu tun und wir finden also nur noch sehr vereinzelt Plakate, die er macht, die sind also qualitativ und quantitativ nicht mehr auf der Höhe der Zeit, das ist nicht mehr sein Metier, er macht das offensichtlich noch mal, aber er ist eigentlich schon auf einem anderen Trip sozusagen und hat das eigentlich abgeschlossen. Aber wenn wir uns das mal anschauen, wie er so in dem ganzen Kontext funktioniert, dann sieht man also sehr schön, dass er wunderbar in diesen Kanon der wirklich wichtigen Leute und wichtigen Blätter hineinpasst, dass das Wichtige der Kontrast ist, dass das Wichtige ist, wie er mit der Fläche umgeht, das Wichtige ist, wie er sehr ästhetisch mit der Typografie umgeht, also das sind alles Dinge, die ihn sozusagen mit hineingeben in diese Gruppe zum einen und zum anderen ihn auch als Vorbild für andere auszeichnen. Ja, das ist soweit mein Vortrag, wenn wer noch was sehen will, wir hatten ja vorhin schon die Ankündigung, dass die Ausstellung im Leopold Museum wieder eröffnet wird, was natürlich toll ist, ich werde sie leider nicht sehen können und hier nochmal der Werbeblock Nummer 2, der Hinweis auf das Buch und for my English speaking audience, this book is also available in English. dann haben wir das auch und ich denke, damit schließe ich hier ab und freue mich, dass zumindest einige noch am Ball geblieben sind und wenn Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das ist schlimm, dass man überhaupt keine Reaktion hat, das ist wirklich blöd. Man redet hier so in die Kiste rein, aber was soll man machen? Das ist großartig, René, das war ein toller Vortrag gewesen. Danke, danke. Ja, vielen Dank. Das war wirklich toll, vielen Dank. Ganz großartig. Dem schließe ich mich auch an. Danke, sehr, sehr spannend. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Ausstellung. Danke vielmals. Unbedingt. war klasse. Ein gutes Zeichen ist ja, dass die Teilnehmerinnen die meisten so nicht fast zu sagen... Kannst du das da ganz rauf tun, statt einer Red Bull-Bose? Was? So rauf zu? Und, sondern wir sind im Laufe der Präsentation sogar noch mehr geworden. Oha. Und gleichzeitig, wenn es richtig ist, jetzt ist Bert noch mit dabei? Ja. Weil René natürlich über den ganzen Birchern gesprochen hat. Magst du vielleicht noch was über deinen Großvater dazu erzählen oder kommentieren? Naja, das Erste, ich habe ihn leider nie gekannt. Ich bin sieben Jahre später erst geboren, aber ich habe ihn, man kann sagen, eigentlich kennengelernt durch diese Aufarbeitung dieses Nachlasses und wie schon erwähnt wurde, war das eine Verkettung von Glücksfällen, weil die Sachen so lange auf dem Dachboden geschlummert haben und auch dadurch, dass kein Lichteinfall war, in eigentlich unveränderter Schönheit auch erhalten sind. und der nächste Glücksfall war dann, dass ich den Herrn Gronert kennenlernen durfte und dass wir dann eigentlich gemeinsam uns suchen, mehr wichtigere und immer bessere Gäste gefunden. Das Ganze ist eigentlich ähnlich geworden durch die Universalität. Wenn man nur einen Teil von Birchern rausnimmt, dann ist man natürlich weit davon entfernt, ihn kennenzulernen und eben durch dieses Entdecken der facettenreichen Arbeit bin ich immer auf die Spur gekommen, wie er auch gelebt haben mag. Es sind dann auch sehr viele biografische Sachen aufgetaucht, Fotos, Privatfotos, eben dieses kleine Filmchen und so weiter und das Ganze ist wirklich eine unglaubliche Entdeckungsreise gewesen für mich und ich hoffe auch, dass eben andere dadurch, dass es jetzt diese Ausstellung gibt im Leopold Museum und dadurch, dass es diese wunderschöne Ausstellung im Museum Volkwang gab, dass da viele Leute das auch entdecken können und genießen können. Das freut mich besonders. Vielen Dank, Bert. Dazu muss ich natürlich noch eines dazu sagen. Wenn jemand eine gute Idee hat für die dritte Station dieser Ausstellung zwischen China, Australien und Patagonien, dann geht Emil natürlich immer sehr gerne auf Reisen und in der Zwischenzeit darf er auch noch auf die fantastische Webseite emilbirchern.com verweisen, wo für alle Sehnsüchte und Vorfreuden sehr viel zu sehen und zu erfahren ist. Ja, Bernhard, bist du noch mit dabei, weil auch Austrian Posters mitgenannt worden ist? Magst du noch uns kurz einen Kommentar geben? Kein stehendes Bild von mir. Es bewegt sich. Großartiger Vortrag, danke. Also, ich glaube, man braucht nicht viel dazu mehr dazu zu sagen. Schön auch, wie Herr Kroner das da eingebettet hat in die Zeit. Also, wirklich bravo. Wen würdest du denn als Universalkünstler seiner Zeit oder danach hat sich schon etwas Ähnliches wiederholt? Naja, schon, es ist kein Zufall, es war fast gleichzeitig, wie die Ausstellung in Essen war, gab es eine Ausstellung über den Kolomosa und die hieß auch der Universalkünstler. Also, das ist eigentlich ein, würde ich sagen, typischer österreichischer oder Wiener Anspruch, der ja von dem Anspruch der Sezession ausgeht. Und da gibt es einige interessante, auch noch zu erforschende Affinitäten, auch von Grafikdesign, Produktdesign und Bühnenbild, das ist nichts so Ungewöhnliches, diese Verbindung. Das heißt, in der damaligen Zeit ein Phänomen. Ich darf ergänzen, Alfred Roller oder auch Josef Hoffmann, aber gerade Roller, der eben ganz, wo wir auch, glaube ich, da ein Plakat jetzt gesehen haben und der eben im Bühnenbild ganz groß war und in der Architektur und so weiter. Also, ich stimme Bernhard Tentscher zu, diese universalen Künstler, Anspruch, der kam auch aus der Kunstgewerbeschule Wien, die ja sozusagen die Vorgängerinstitution auch von der Sezession war. Und da wollte ich auch noch gerne einen kleinen Punkt nur ergänzen, weil René Kronert gesagt hat, dass Frauen also keine Möglichkeit hatten einer künstlerischen Ausbildung. Da war auch Wien eine Ausnahme, ziemlich, glaube ich, alleinstehende, dass da seit 1867, also seit der Gründung, Frauen zugelassen waren auch und das ja auch im ersten Jahr 68, als es dann wirklich losging, der Lehrbetrieb waren irgendwie von 68 Schülern, glaube ich, sieben Frauen oder so eingeschrieben und das hat sich relativ schnell dann sogar auf einen Eins-zu-Eins-Anteil aufgesteigert. Allerdings, und da gebe ich natürlich Herrn Kronert recht, die waren dann sozusagen beschränkt auf kunstgewerbliche Dinge und sind also nicht in die freie Malerei oder Architektur oder so gegangen. nur eine kleine Ergänzung. Dankeschön, Anita. Nachdem wir schon sozusagen bei 19 Uhr gelandet sind, vielleicht noch eine private Bemerkung vom Enkelsohn noch zu seinem Großvater oder was würde er uns heute Abend sozusagen mit auf den Weg geben oder was würde René Kronert antworten auf seine Präsentation? Fällt dir da was einem dazu? Also ich glaube, er wäre natürlich sehr, sehr erfreut. Er wäre erfreut, dass seine Arbeit über die Jahrzehnte überdauert hat und dass auch heute seine Sachen als interessant empfunden werden und dass sie eben auch von Kapazitäten wie den Herrn Gronert in einen Kontext gebracht werden und ich denke, er hätte sich gut mit Herrn Gronert verstanden. Das kann ich nicht überzeugt und ganz herzlichen Dank, Herr Gronert und auch natürlich Dank an Martin Vössleit und das Design Austria für diese Möglichkeit, Emil Pirchen ein bisschen weiter bekannt zu machen und ja, danke vielmals auch für alle, die bei diesem Vortrag dabei waren. Dann darf ich mit der Emil Pirchens Familien Wort beenden. Noch einmal recht herzlichen Dank an René Gronert für den schönen Abend. Das nennt man wahrscheinlich Happy Hour im besten Sinne des Wortes. Das Buffet ist eröffnet Mag ich nur ankündigen, aber wir holen das tatsächlich nach und in dem Moment, wo wir wieder auf die Straße und in die Räume rein dürfen, dann machen wir einen kleinen Bierchenabend im Designforum in Wien und alle, die gerne kommen, dann stoßen wir zumindest auf die Familie, auf Renoy, Bernhard, Anita und alle anderen, die heute mit dabei sind. Fühlen Sie sich bitte recht herzlich eingeladen, hier mit dabei zu sein. Wir werden das an Sie weiterleiten und somit nochmal herzlichen Dank, Grüße in die ganze Welt hinein und würde mich freuen, Sie in einem ähnlichen Format wiederzusehen und in der Zwischenzeit das Buch, die Ausstellung, Austrian posters, emilbirchen.com und die dritte Ausstellung ist in Bälde irgendwo zu sehen. Das nehmen wir uns vor. Fein, dann herzlichen Dank, nochmal Dank auch an das Seewold Museum und im Sinne und im Rahmen und anstelle von Design Austria vielen Dank, dass Sie den Abend mit uns gemeinsam verbracht haben. Schönen Abend. Herzlichen Dank. Grüße nach Eriva und alle. Auf Wiedersehen. Danke sehr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Schönen Abend auch an alle. Grüß aus Bayreuth. Dankeschön. Grüße nach Bayreuth. Grüße. Grüße nach Bayreuth.